Ich bin Mustafa Malavin. Ich komme aus den Krieger. Ich bin schon lange hier in Österreich, seit 10 Jahren. Ich bin von Beruf ein Koch und ich habe hier in Österreich gelernt und in der Karriette. Mein Interesse für Filmmaking ist, dass ich ein Künstler sein würde. Ich bin ein Atto und es interessiert mich so sehr, dass ich mich ein Atto sehr interessiert. Warum? Weil ich denke, dass ich gerne sein würde, in der Zukunft sein würde. Nummer 1. Nummer 1. Ich würde gerne sein, dass ich ein famouser Atto wäre. Ich würde gerne sein, wie Arnold Schwarzenegger, Terminator, Rambo, Schwester Stallone, Gethlein, das ist so. Weihnachten habe ich Sint, Koch, Sport, Schwimmen, Tischtennis und Schatzspielen. Alles. Ja, sicher. Wunderbar. Ich bin pünktlich, geduldig. Ich weiß nicht, ob ich schon bin. Das muss ich so sagen. Aber sonst bin ich perfekt. Beispiel, ich kenne auch ein bisschen was vom Computer. Als Ingenieurin in der Schule in Nigeria habe ich Computer in China gelernt. Und sonst kann ich noch etwas machen. Aber ich habe schon viele was vergessen. Schon lange habe ich nicht gewartet. Nur wenn ich das sehe, dann sage ich, das kann ich jung machen. Ja, das geht doch. Ja. Das ist mein Beruf. Ja. Und was noch? Was noch? Aber es ist wie mit Kindern spielen, rausgehen, spazieren, mit Freunden oder Freunden. Ja. Und die Diskotheken und auch Buch lesen. Eigentlich bin ich noch fertig. Ich habe ja Familie, aber nur meine Eltern. Ich habe noch nicht keine Kinder. Noch auch keine Frau.